Hallo und herzlich Willkommen zu dieser einen Folge, in der ich zu viel Angst habe. Nämlich, heute spielen wir Poppy Playtime. Es ist ein Spiel, das inzwischen recht in der Mode ist. Ich weiss, ob der Mode Schreie herum ist, nein, ich glaube nicht, aber ja. Ich habe das Spiel hier und das erste Chapter ist gratis auf Steam. Ich denke, ich hole es mir mal und einfach mal euch zeigen, wie viel Angst ich habe. Ich bin in so Horrorspielen weniger der, der das gerne spielt. Auch in Phasmophobia werde ich eigentlich so gut wie jedes Mal vom Geist umbracht, obwohl ich nichts mache. Aber ja, sehen wir mal, wie das rauskommt. Auf das gehen wir jetzt einfach mal auf Play. Chapter 1, Attacked Squeeze. Ich bin nicht so gut in Englisch, nehmen sie mir nicht übel. Das ist Poppy, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, New Game. Okay, ich bin wirklich gespannt. Ich habe zwei, drei Videos halt dazu schon gesehen. Oh, schau mal. Okay, Poppy ist jetzt die erste, die wirklich intelligente Doll in der Welt. Eine kleine Mädchen kann mit ihr sprechen. Poppy gibt ihr Antworten. Sie ist die erste Doll, die tatsächlich eine Konversation mit einem Kind haben. Ah, das ist Poppy, das fand ich nicht Poppy gesehen. Okay, sorry. Hi, Poppy, yeah. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect, thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it. And smells just like a Poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? Oh, sechs. Sturz. Ganze sechs Sturz. Ich bin nicht ein Schwester für so eine Brücke. Ich bin nicht mehr. Hey, Super Factory. Poppy Playtime. Yeah. Jetzt spielen wir da mit Poppy. Es wird ein ganz lustiges Spiel. Es heisst ja in der Beschreibung, dass es kein Horrorspiel ist. Aber ich finde es eigentlich ein Horst. Everyone thinks the stuff is where you find the flower. Ich muss die Blumen finden, okay. Voll, ja. Easy, Alter. Gehen wir Blumen suchen und dann wäre es gewesen. Ah, wir sind gerade lagend angekommen. Es lag ziemlich. Aber ja, okay. So, Jungs, Mädels, da sind wir. Das ist die Willkommenshalle. E2 Open Doors. Also, das erste Mal, es ist viel zu riesig. Ja. Und es ist ganz creepy, die Atmosphäre da. Aber ganz creepy. Okay. Also. Ich weiss, dass du hier vorne einen Farbencode eingeben musst. Und hier ist so ein Zug. Grün, Pink, Gel, Rot. Grün, Pink, Gel, Rot. Grün, Pink, Gel, Rot. Hier in der Grün, Pink, Gel, Rot. Merkt euch das auf, dass das Teil ist. Entweder verrostet oder... Grün, Pink, Gel, Rot. Rot. Okay. Luminant. Stärkstärkstärkstärkstärkstärkstärkstärkstärken. Das ist hier drin. Wehh. Das ist hier drin. Ja wunderbar. Dörf ich jetzt das Teil auch haben? Aber... Oh, das ist... Ah, du kannst auch Sachen finden mit dem, okay. Thank you, bitte schön. What's the time? Playtime! Wow! Ohohoi! Ohohoi! Haha, cool. Gehen wir wohl weiter, hm? Und jetzt glaube ich, dass es hier durchgeht, oder? Ich bin ehrlich. Eigentlich wollte ich das Spiel nie spielen in meinem Leben. Was ich jetzt trotzdem mache, ist jetzt so ein Mysterium. Und die Frage einfach warum. Ich würde schon Huggy-Wuggy, wenn ich mich nicht weiss, oder? Huggy-Wuggy. Huggy-Wuggy. Ja voll, ja. Ich habe Angst, Leute, ich winne. Ich habe Angst, Leute, ich winne. Ich habe nicht. Innovation. Theater. Oh man! Mann! Oogie woogie, ich behalte dich im Auge. Oh Mann! Hallo? Sind hier Leute? Ich will nicht der Einzige sein. Oh Mann! Okay, ist da hinten noch etwas? Was muss er denn machen? Ha! Wer geht, der Hugi-Bugi ist noch dort. Was zum... Jetzt habe ich doch gerade geschaut, Mann! Hallo? Leute, darf ich euch jetzt etwas sagen? Bei diesem hasse ich Horror-Spiel, weil das Teil jetzt schon wieder weg ist. Ach, ehrlich. Warum? Leute, warum? Make a friend! Oh, ich muss jetzt einen Freund machen. Ähm... Ich will nicht da rein. Stairway to hell. Ja, das gab ich eben auch. Bevor ich jetzt da rein gehe und ich schaue, wie lange die Aufnahme schon läuft. Weil wenn die jetzt... Ja, jetzt läuft sie 13 Minuten. Leute, wir machen sie so. Oh, ich lasse das Uncut hoch. Und in der nächsten Folge... Vielleicht nehme ich die jetzt auch schon auf und es kommen... Vielleicht jetzt einmal zwischen der Woche noch eine online oder so. Aber in der nächsten Folge seht ihr, was in dem Gang da passiert. Und was wir als nächstes machen. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz geilen Tag oben, wie auch immer, wenn ihr das Video schaut. Dann abonnieren, falls ihr das noch einmal gemacht habt. Lassen Sie den Like hier unbedingt. Und... Die Schnarch- und Angst-Nase... Seht ihr dann im nächsten Video wieder. Mit dem Jeremy Saif. Dann auch einmal... Farming Simulator. Sollt auch mal kommen. Ja, und dann eigentlich noch... Ja... Weiss auch nicht. Da kommt jetzt das Outro. Und... Jetzt. Tschüss Sommer.